Moin moin, das Video was jetzt folgt hatte ich schon aufgenommen bevor ich wusste dass ein Patch kommt und es kann sein dass in den Patch Notes die Freitagabend rauskommen ganz viele Buffs drin sein werden für diesen Bild und dann müsst ihr das natürlich berücksichtigen also wenn ich den dann in dem Video vergleiche mit anderen Bilds und sage hier der ist langsamer kann es sein dass der dann nach dem Patch viel viel schneller sein wird der Guide wird höchstwahrscheinlich exakt gleich bleiben nur die Stärke vom Bild wird sich dann ändern da bin ich mal gespannt was in den Patch Notes drin ist, weiß ich jetzt wie gesagt noch nicht aber die Guide könnt ihr auf jeden Fall dann auch nutzen und jetzt geht es los im Video ich habe jetzt auch den Droiden als fünfte und letzte Klasse auf Level 100 gespielt und ich habe mich als ersten Bild dann bei Level 100 für den Tornado Droiden entschieden weil die Guide auf meiner Website auch nicht mehr so aktuell war die habe ich jetzt komplett aktualisiert und mein Ziel war dass ich mit dem Tornado Droiden 80er Pits farmen kann also entspannt ohne zu sterben das war das Ziel es ist allerdings so dass der Droide also auch der Tornado Droide vor allem nicht wirklich mit den anderen Toppels mithalten kann das muss man also von vornherein schon wissen wenn man den sich aussucht ich habe also für die 80er Pit ungefähr fünf bis sechs Minuten gebraucht selbst eine Zauberin war da schneller mit gefrorener Kugel bei mir aber das Wichtige war für mich trotzdem dass es einfach läuft ohne Tode und das war gar nicht mal so einfach also ich musste da sehr sehr viel rumprobieren bis es am Ende geklappt hat das Geheimnis kann ich hier an der Stelle schon mal sagen war den Paragon Baum so krass defensiv einzustellen wie nur geht und ich habe jetzt ohne Elixier 69.700 Leben aktuell das ist extrem viel ich nutze auch dann immer das 20% Elixier mit dem lande ich aktuell glaube bei 84.000 Leben das war notwendig um 80er Pits easy farmen zu können denn der Droide geht nun mal immer rein in den Kampf im Nahkampf und als Nahkämpfer der Gegner nicht mal betäubt hat man dann das schon ein bisschen schwieriger der Barb ist auch ein Nahkämpfer aber der betäubt alle Gegner und hat außerdem von Haus aus mehr Leben als zum Beispiel ein Droide so und ich fange jetzt aber mal an mit dem Droiden mit der Vorstellung und ich werde zu Beginn erstmal die wichtigsten Mechaniken wieder erklären so wie bei jeder Guide und bei diesem Droiden gibt es zwei Mechaniken die jetzt dazugekommen sind im Vergleich zu dem alten Tornado Guide Mechanik Nummer 1 ich spiele mit Begleitern alle drei Begleiter sind am Start und woran liegt das warum mache ich das weil es halt diesen Schäfers Aspekt gibt und das ist sogar schon seit Season 2 so aber ich habe mich dann damals zumindest geweigert das so umzustellen weil ich dachte dass der Aspekt irgendwann mal geändert wird aber der scheint so zu bleiben deswegen kann man den nehmen und der macht nämlich dass Kernfähigkeiten pro Gefährte den ihr habt 20% mehr Schaden machen auf einer Zweihandwaffe deswegen spielt man auch Zweihand weil das dann so viel Damage macht und wenn man hier mal zählt ich habe drei Wölfe und ich habe vier Raben das sind schon mal sieben und ich habe zwei Giftranken das sind neun also neun mal 20 sind einfach mal 180% das ist ziemlich viel und das kombiniert mit dem hier dadurch bekomme ich nämlich diese plus 1 Gefährten deswegen sind hier 4, 3 und 2 weil überall plus 1 drauf addiert wird das ist Mechanik Nummer 1 außerdem tanken nun mal die Pads auch gegen Elite Gegner ganz gut Schaden und helfen dann sogar beim Überleben die zweite Mechanik die jetzt dazu gekommen ist ist die Gestaltwandlung da gibt es nämlich einmal diese gebuffte zentrale passive bestialische Raserei die wurde wirklich krass gebufft und ich muss also 2 Sekunden ein Wolf sein dann bekomme ich 15 Sekunden lang Angriffstempo und dann muss ich auch noch 2 Sekunden ein Werber sein und bekommen Schaden und sogar 50% also das ist richtig richtig viel und das kann man beides gleichzeitig haben wenn man halt innerhalb von 15 Sekunden mal ein Bär war und auch mal ein Wolf für mindestens 2 Sekunden und dann gibt es hier auch noch ganz viel Gestaltwandelsachen immer wenn ich mich wandle von Tierform zu einer anderen dann bekomme ich mehr Schaden bis zu 18% und ich bekomme hier auch Schadensreduktion und Bewegungstempo alles durch dieses hin und her wandeln das ist also inzwischen einfach die beste Variante und wie wandle ich mich hin und her ich habe Anfallen drin ich haue einmal zu ich kann auch in die Luft hauen ich warte 2 Sekunden danach mache ich einen Wolf 1, 2 und jetzt ist bestialische Raserei doppelt aktiv und das muss ich eben ab und zu machen so das sind die wichtigen Mechaniken für den Bild ansonsten ist alles klar relativ simpel und ich fange jetzt an beim Gameplay mit der Pit und bei der Pit ist es so mit meiner ersten Variante mit weniger Leben bin ich ständig gestorben ich gehe mal ein bisschen weiter in die Mitte schon so also man muss wirklich auf die Defensive achten sonst geht man sehr schnell down und wie immer natürlich gegen Elementarschaden und ich habe 5, 6, 7 verschiedene Varianten durchprobiert und immer waren irgendwelche Probleme am Start und diese Variante hier ist jetzt die bei der ich am Ende dann endlich keine Probleme hatte und auch hier habe ich gerade relativ viel Leben verloren denn ich habe aber auch bei dieser Variante die ich jetzt spiele noch eine Defensive und eine Offensive und jetzt gerade in dem Moment spiele ich die Offensive Variante die macht wirklich sehr viel mehr Schaden die Defensive würde dann nochmal 30% Schadensreduktion dazu bekommen da würde man auf jeden Fall dann auch hier in der 80er Pit nicht mehr an den Tod kommen also auch nicht nah an den Tod da ist man sehr robust aber ich habe mich dann doch entschieden für die minimal offensivere Variante insgesamt ist aber trotzdem extrem defensiv alles und man sieht jetzt hier noch die Entrinnen-Mechanik denn ich habe den Aspekt der Metamorphose das kennt ihr vielleicht noch von Season 2 dadurch werde ich dann unerfalls haben ist auch ganz wichtig denn sobald ihr betäubt seid sterbt ihr eure Heilung kommt nämlich von den Tornados also wenn ihr regelmäßig Tornado benutzt dann heilt ihr euch dadurch und ohne Tornado zu benutzen sterbt ihr eben dann dadurch sehr schnell und deswegen braucht ihr unbedingt Unaufhaltsamkeit und bei mir ist es dann in Form von dem Aspekt der Metamorphose und ich habe den ja auch kombiniert mit T-Bowls Wille die Kombo die kennt ihr ja noch von früher das heißt also immer wenn ich diesen Entrinnen-Knopf drücke bekomme ich auch mehr Schaden und ich bekomme auch Geisteskraft zurück theoretisch wenn man richtig gutes Gear hat braucht man die Hose nicht mehr für Geisteskraft aber ich finde die Hose trotzdem für den Schaden und für die Schadensreduktion einfach eine gute Option und vor allem hat man das mit der Geisteskraft dann sehr entspannt gelöst und der Schaden ist eigentlich okay wie ihr hier gesehen habt aber es ist eben trotzdem ein bisschen langsamer als alle anderen weil du relativ lang erstmal Tornados benutzen musst damit der Schaden sich hochskaliert gegen Elite Gegner und dann ist er auch jetzt nicht der Bild der alles restlos aufräumt ja da bleiben oft auch mal ein paar Monster stehen dafür ist der Schaden gegen Bosse ganz gut also da ist er tatsächlich das war auch früher so der Tornado Druide war immer der Bosskiller der aber Probleme mit der Defensive hatte das war schon seit Season 0 der Fall und auch hier ist es jetzt immer noch so der Schaden gegen Bosse ist fein natürlich alles nicht auf dem Niveau von Herzsucher oder Bash die sind einfach krass an der Season aber es ist okay vom Schaden und wenn man jetzt noch offensiver geht könnte man ja noch viel mehr Schaden rausholen also ich könnte eigentlich meinen Schaden verdoppeln oder verdreifachen das Ding ist aber dann sterbe ich die ganze Zeit und dann bringt mir das auch nichts also auch gegen Bosse wenn man stirbt was bringt das dann ja da muss man ja von vorn anfangen und die 200er Bosse da hatte ich dann auch das Problem wenn man da nicht perfekt spielt selbst mit meinen 83.000 Leben ich bin dann ziemlich häufig gestorben ich habe den dann auch irgendwann geschafft ich werde auch gleich den Clip zeigen also die meisten Tode lagen auch einfach daran dass ich schlecht gespielt habe trotzdem der Droide ist anfälliger als ein Barb oder eine Herzsucherjägerin das ist einfach so damit muss man hier leben zumindest der Werwolf Droide ich zeige jetzt hier den Bosskampf nochmal das ist Lord Sire und ganz wichtig war hier das habe ich erst relativ spät gelernt bleibt erstmal unten stehen damit der in die Mitte läuft wenn man den einmal oben hat kriegt man den nie wieder runter weil die Wölfe die ganze Zeit auf ihm drauf bleiben und das hat mir den Kampf dann erleichtert und dann entrinne ich immer durch ihn durch also immer richtig schön von links nach rechts einmal durch ihn durch mit dem Spielziel habe ich es dann doch geschafft und ihr könnt euch trotzdem darauf einstellen mal ein paar Mal zu sterben wenn es nicht perfekt läuft wenn ihr zum Zuhauen kommt ist aber der Schaden top wenn man das hier so sieht also der Schaden da kann man sich nicht beschweren das Problem ist nur eben ihr kommt jetzt nicht die ganze Zeit zum Zuhauen weil ihr so viel ausweichen müsst denn wenn ihr einfach nur auf einer Stelle stehen bleibt dann sind diese Debuffs rechts unten die werden immer höher und höher und dann werdet ihr irgendwann gewoneshottet und deswegen müsst ihr euch die ganze Zeit bewegen und darunter leidet natürlich dann der Schaden aber es ist möglich Uberlillit ist nochmal eine andere Sache da muss man sein Gear bis zum Geht nicht mehr optimieren dann würde man die bestimmt auch schaffen aber mein Gear ist einfach nicht gut genug deswegen habe ich die jetzt nicht probiert und es ist mir dann auch einfach zu viel Stress gewesen muss ich sagen denn für Uberlillit würde ich dann einfach einen anderen Bild spielen um ehrlich zu sein aber wichtig war mir trotzdem auch nochmal einfach den 200er Boss zu legen denn das ist so die Mindestvoraussetzung dafür dass ich ein Bild auch vorstelle ansonsten fliegt der bei mir durch durch die wie heißt es durch die Kontrolle so Fürsir ist down es hat eineinhalb Minuten gedauert also das ist jetzt nicht so schlecht eineinhalb Minuten für den 200er Boss wenn man das einmal also drauf hat wie man sich bewegen muss dann ist das eine gute Zeit und jetzt fange ich an den Bild einmal vorzustellen wir fangen an mit den Fertigkeiten ich habe Anfallen drin und hier sogar die Erweiterung für mehr Radius denn je mehr ich treffe mit Anfallen desto mehr Stehlung bekomme ich und Stehlung ist super wichtig für den Bild Wildimpulse für mehr Schaden Tornado mit der unteren Erweiterung um Gegner verwundbar zu machen ich habe auch die Ausbeutenglyphe aber gegen Bosse bringt die nicht so viel und dann macht der Tornado die Bosse verwundbar hier habe ich alles geskillt also Crit Chance Bewegungstempo und Schadensreduktion und das hält ja auch drei Sekunden an nachdem ich ein Bär war es lohnt sich also immer mal wenn eine harte Gruppe da ist auch wieder kurz zum Bär zu werden weil ihr danach dann diese drei Sekunden Schadensreduktion habt Widerstände noch mehr Schadensreduktion immer wenn ich eine defensive Fertigkeit genutzt habe und das ist Blutgeheul die nutzt ihr übrigens extrem oft weil die euch natürlich heilt und weil sie euch ihr Tag Speed gibt und das war's und sie hat halt ganz wenig Abklingzeit weil sie immer wieder hier durch diese Verbesserung die Abklingzeit reduziert bekommt dann die Tiere die brauche ich ja alle und bei den Wölfen brauche ich die Erweiterung nicht weil die mir nichts bringen die Tiere selbst machen keinen Schaden die sollen nur meinen Schaden erhöhen bei der Giftranke ist es so wenn ich die aktiv nutze dann bekomme ich durch die brutale Giftranke 20% mehr Crit Chance das nehme ich mit und die brutalen Raben brauche ich auch weil dann einfach zwei weitere Raben am Start sind damit ich auf die vier Raben komme das ist auch ganz wichtig hier wie immer bei den Wolf Builds ich habe einmal das hier damit ich Gegner vergifte durch Vergiftung verlangsame ich sie auch und dadurch mache ich dann auch die Verlangsamung an sich ist egal aber einfach nur das Vergiften ist das was zählt und wenn sie vergiftet sind mache ich dann höhere Crits ja höhere Crits Punkt so 30% höhere dann Schaden und Heilung das ist hier Kreis des Lebens und jeder Tornado ist eine Naturmagiefertigkeit und heilt mich also je schneller ich zuhau desto besser dann heile ich mich auch mehr und je mehr Leben ich habe desto besser weil das prozentuale Heilung ist basierend auf meinem Leben und deswegen so mehr also je mehr Leben desto besser er braucht unendlich viel Leben bei dem Bild und deswegen wäre auch ein Stab besser als eine Axt oder ein Hammer das zeige ich gleich weil der Stab schneller zuhaut das habe ich vorhin schon gezeigt die ganzen Gestaltwandelfähigkeiten also mehr Schaden mehr Bewegungstempo mehr Schadensreaktion und noch ein bisschen Stählung und zuletzt die bestialische Raserei weil die auch noch mal Schaden und Attack Speed gibt der Geistersägen als nächstes dort habe ich Schadensreduktion Leben Critschaden 30% Multiplikativ ist super dann habe ich hier die Stählung und ich habe noch mehr Heilung und auch hier wieder Crit Treffer mit Gestaltwandelfähigkeiten haben eine Chance mich zu heilen und das heißt auch hier ist wieder Attack Speed sehr gut weil ich dann mehr Crits mache und Crit Chance selbst ist natürlich sehr gut Glückstreffer Chance brauche ich nicht extra nur für die eine Sache hier aber höhere aber höhere Crit Chance reicht aus damit das oft genug ausgelöst wird beim Charakter Sturmgebrüll ist Pflicht weil der ermöglicht dass der Tornado auch als Wolf eingesetzt werden kann und darauf basiert der ganze Bild die Rüstung hat den Aspekt dass ich mehr Schadensreduktion bekomme als Werwolf außerdem wie immer Leben und Rüstung und so ein Kram ich habe jetzt sogar zu viel Rüstung also ein Greater Affix Rüstung hätte ich nicht gebraucht besser wäre gewesen Greater Affix Geisteskraft pro Sekunde die Eigenschaft ist nämlich durchaus wichtig damit ihr einfach noch öfter Tornado nutzen könnt ohne immer wieder entrinnen zu müssen und wenn ihr diese Eigenschaft richtig krass optimiert habt dann braucht ihr sogar T-Bowls gar nicht mehr später auf den Handschuhen also Härtung habe ich hier Rüstung und einmal Rüstung braucht man aus meiner Sicht ansonsten Chance auf Betäubung für schnelleres Taumeln bei Bossen da geht aber auch Einfrieren oder Bewegungsunfähigkeit Verlangsamung würde ich nicht haben wollen die Handschuhe das seht ihr dann auch auf der Seite was alles gut ist ich habe hier zum Beispiel keine Attack Speed sondern Leben und ich hätte aber lieber Attack Speed meine Handschuhe sind nicht so gut ich hätte auch lieber Tornado Ringe als Kern Ringe weil Tornado höher rollt was aber wichtig ist sehr sehr wichtig was ich habe ist der Schaden gegen Gegnern der Nähe der muss überall drauf sein wo möglich weil euer Paragon Baum mit diesem Wert skaliert das seht ihr nachher beim Paragon Baum vom Blitz getroffen heißt das deswegen müsst ihr diesen Wert bis zum Geht nicht mehr erhöhen Schaden gegen entfernte Gegner würde den auch erhöhen den Paragon Knoten aber da ihr Nahkämpfer seid wollt ihr natürlich auch euren eigenen Schaden mit diesem Wert natürlich noch steigern und deswegen ist Schaden gegen Nahgegner der beste Kompromiss dann beim Aspekt habe ich den Tornado verfolgt Ziele das ist natürlich Pflicht und der reicht aus mit drei Zielen also der muss nicht auf eine Zweihandwaffe T-Bowls gibt Schadensreduktion und natürlich den Aspekt mit erhöhtem Schaden und dass ich Geisteskraft bekomme das ist eh klar die Schuhe bei mir zum Beispiel haben auch keine Geisteskraft pro Sekunde also die Top 3 Eigenschaften wären Leben Bewegungstempo und Geisteskraft pro Sekunde aber ganz wichtig ist die Eigenschaft ganz oben Angriffe verringern die Abklingzeit die ist wichtiger als Entrinnen Aufladung weil ihr durch den Aspekt der Metamorphose eine relativ lange Abklingzeit habt für Entrinnen 8 Sekunden aber wenn ihr dann Tornado nutzt dann sinkt die ganz schnell und das ist viel viel besser als die drei Aufladungen deswegen braucht er die unbedingt die Eigenschaft wenn er mit Metamorphose spielt und ich habe sogar hier noch die Abklingzeit für Entrinnen drauf als Härtungsrezept mit einem Maxroll und trotzdem hat das ja 8 Sekunden bei mir ja hier auch wieder Betäubung und dann der Aspekt der Metamorphose der mich unerfallsam macht wenn ich Entrinnen dann auf der Zweihandwaffe diesen Aspekt habe ich vorhin gezeigt ja Aspekt des Schäfers für den Bonusschaden natürlich Projektile für Tornado ganz wichtig und wieder Schaden gegen Gegnern der Nähe dann Willenskraft Maxlife und die dritte Eigenschaft habe ich noch nicht getroffen da müsste eigentlich Ressourcenkosten Reduktion noch drauf ein Stab wäre am besten weil der schneller zuhaut eine Axt wäre das zweitbeste weil die Schaden gegen gesunde Gegner macht einen Streitkolben mit Überwältigung Schaden braucht ihr natürlich nicht aber ich hatte keinen besseren beim Ring Attack Speed Crit Chance und dann Leben aus meiner Sicht das wichtigste ansonsten Willenskraft oder Ressourcenkostenreduktion aber Attack Speed und Crit ist ganz wichtig und wie immer Schaden gegen Gegnern der Nähe und entweder Ressourcenerzeugung oder Ressourcenkostenreduktion beim Härten und hier diesen Bonusbegleiter den ich auch schon gezeigt habe der zweite Ring bei mir hat keinen Attack Speed das fehlt mir dann noch und ich brauche unbedingt Attack Speed und wieder dieselben Härtungsrezepte und als Aspekt jetzt hier bei der offensiven Variante Attack Speed nach kritischen Treffern bei dem Amulett habe ich Attack Speed ich bräuchte auch noch Crit Chance auf dem habe ich nicht oder Ränge zu vergiften habe ich nicht ich habe dafür Bewegungstempo was ich schon relativ wichtig finde und nochmal Ressourcenkostenreduktion aber auf dem Amulett hat die jetzt nicht so eine hohe Prio da die Eigenschaft und dieselben Rezepte wie bei den Ringen bei der Härtung und hier habe ich den Aspekt der Rachsucht der Bonusschaden macht basierend auf meiner Menge der Stehlung und wenn ich jetzt noch defensiver sein möchte dann kommt aufs Amulett der Aspekt der mir noch mehr Schadensreduktionen gibt mit Anfallen und das ist der hier fieberhaftes Anfallen gibt mir pro Benutzung 4% und das steigert sich auf dem Amulett dann bis zu 30% weil die 4 zu einer 6 werden und ich kann immer mit einem Treffer die ganzen Stacks erneuern das heißt ich bleibe dann wenn ich einmal alle 5 Sekunden zuhaue mit Anfallen dann bleibe ich konstant bei den 30% und das ist natürlich super defensiv und ich würde wenn ich diesen Aspekt aufs Ammo packe den Aspekt der Rachsucht auf dem Ring verschieben und auf den hier mit Attack Speed verzichten das wäre meine Option dann bei dem Paragon Baum gehe ich nur die Glyphen und Legendären durch ich habe die Reißer und Klaue Glyphe weil die meinen Schaden erhöht ich habe in dem zweiten Brett Führung der Ahnen heißt das den Legendären Knoten für Bonusschaden und ich habe Territorial für Schadensreduktion und Schaden gegen Gegnern der Nähe ich habe alles so optimiert in dem Baum dass ich überall Leben habe also ohne Ende Leben deswegen habe ich an manchen Stellen dann auch auf Schaden verzichtet wie hier diese eine Geschicklichkeitsknoten weil ich hier ein bisschen Punkte sparen kann damit ich überall Leben bekomme deswegen hier die Tafel als nächstes mit 8% Leben als Knoten die Glyphe hier ist Werwolf für Schadensreduktion und innere Bestie ist das Brett die Tafel als nächstes weil ihr auch noch mal 8% Leben hier bekommt und die 440 Geschicklichkeit erreicht ihr durch den Paragon Baum und da ist die Glyphe drin Erde und Himmel weil die auch noch mal magische Knoten verbessert und da bekomme ich hier 5% Leben pro Knoten eigentlich könnte ich hier noch mal schön viel Schaden auch rausholen über 10% pro Knoten aber weil ich eben überall das Leben brauche hatte ich dann diese Punkte nicht mehr zur Verfügung und so könnt ihr natürlich dann euren Schaden auch noch mal steigern wenn ihr wollt hier geht es weiter jetzt mit vom Blitz getroffen das ist nämlich die die ich vorhin erwähnt habe und die erhöht meinen Gesamtschaden bei mir jetzt um 145% multiplikativ und das liegt daran dass die skaliert mit meinem Schadensbonus gegen nahe oder entfernte Gegner hier habe ich dann wieder Leben Leben und die Glyphe ist Ausbeuten um Gegner verwundbar zu machen und Additiven Schaden noch mal ein bisschen da habe ich noch zwei Tafeln dazugehauen die einfach nur mir die Knoten geben einmal Lust auf Gemetzel der ist ganz ganz wichtig damit kritische Treffer Geisteskraft herstellen wenn ihr gerade am Leveln seid dann könntet ihr den auch noch am Anfang also früher nutzen als jetzt hier beim Endgame Build aber das ist jetzt nun mal die Level 100 Variante und hier noch mal wenn drei vergiftete Gegner in der Nähe sind und in der Nähe hier ist tatsächlich der ganze Bildschirm dann mache ich 45% Bonusschaden und da die Pit selbst sehr lang dauert finde ich den extrem wichtig um einfach die Elite Gegnergruppen noch schneller zu töten und natürlich auch wieder leben und diese 2-2-4 hier die machen so viel am Ende aus ihr habt ja vielleicht mein Video geschaut schon das hieß wie man in der Grube überlebt und so kommt man am Ende einfach mal auf einen 70.000er Wert und die Items bei mir sind ja alle nur 8 von 12 und ich habe jetzt auch nicht mal so gute Items die sind eigentlich relativ schlecht würde ich zumindest sagen also es geht natürlich immer noch schlechter klar die sind jetzt schon okay aber wenn man es wirklich für ein Endgame Build so betrachtet dann sind das jetzt nicht unbedingt gute Items aus meiner Sicht so das war's der Bild in der Version funktioniert also für die 80er Gruben und wenn ihr noch defensiver sein wollt habe ich auch gerade gesagt wie das möglich ist und dann werdet ihr auf jeden Fall durchkommen durch die 80er Gruben aber eben nicht so schnell auch mit der defensiven Variante 6 bis 7 Minuten oder so oder gut eher 6 Minuten müsst ihr da einplanen ja so ist das leider der Droide der Tornado Droide der ist aktuell nun mal nicht so konkurrenzfähig mit anderen krassen Builds aber vielleicht in der Zukunft wieder und dann wird der Bild hier vielleicht auch richtig richtig geil ansonsten ist er auf jeden Fall spielbar und wer ein Herz für Droiden hat kann den Bild gerne mal probieren als nächstes stelle ich dann aber Windschere vor und der soll noch ein bisschen besser sein mit dem kommt man dann wohl deutlich höher es ist wieder so ein Basis-Attacken-Bild also diese Season ist auf jeden Fall die Season der Basis-Attacken so Guide ist auf VitaBlo.de ich beende das Video an der Stelle macht's gut mit dem Untertitelung des ZDF, 2020